Ich bin Lily Coulson. Ich bin 18 Jahre alt. Das sind meine drei besten Freundinnen. Em, Bex und Sarah. Und das hier ist die Story, wie meine Heimatstadt, Salem, völlig ausgetackt ist. Alter, der Direktor wurde gehackt. Sorry, aber ich hab einfach null Mitleid mit Leuten, die gehackt werden. Echt? Es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Welt. Die Ideen klar ist, Privatsphäre ist längst tot und die alten Menschen, die sich immer noch dagegen wehren. Was hast du eigentlich zu verbergen, Len? Eine Million Nacktbilder, eine volldreckige Pornochronik und krass perverse Texte über so ziemlich jeden hier an der Schule. Me too. Me three. Ich glaub, es war so ein sozialbewusster Hackertyp auf Rachetour. Ehrlich gesagt, ich leb für solche Skandale. Sieht aus, als wäre die halbe Stadt gerade gehackt worden. Und es gibt nichts, was man tun kann, um diese Videos zu löschen? Leider ist es sehr schwer, das Internet aufzuhalten, Sir. Halt mich, 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 Halt mich! Halt mich, 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 H